Und warum? Einfach so! Weil ich das ewige rumgehüpft bin! Ohne Doppelsprung dauert das ja alles nichts mehr! Ich bin mein Doppelsprung! Dafür muss ich aber in den Fall rennen! Und zerren! War das hier? Haben wir von hier und da oben rein? Oh, das muss ich da sein! Ich gucke mal! Wenn ja, dann ist ja gut! Und wenn nicht, dann port ich mich auch mal zurück! Aufpassen! Ich habe keinen Lucky Horse Schuhe! Kein Hufeisen! Sonst stehe ich hier! Ich habe auch gar keine Bracke mehr! Bin ich gerade in den Sacken verpacken! Da ist alles zu viel! Dann nehmen wir mit! So, dann gucken wir mal, wie tief wir dieses mal kommen! Ach, hier ist öffnen! Oh, hier ist auch Wasser! Oh, hier sind auch Teile! Oh! So, schön! Ist das die zweite Gelegenheit? Ach, hier! Ich meine schon! Hupsa! Oh, das ist ja! Das ist ja praktisch, ey! Dass ich hier im Herz finde! Ist das nicht schön? Ich bin gerade noch darüber geredet, dass wir doch vielleicht ein wenig zu schwach sein und schon finden! Das ist eine gute Klette! So könnte es weitergehen! Ach, wir bräuchten bessere Waffen! Wie wäre es, wenn wir ein bisschen Gold finden würden, doch! Bei der Tiefe! Stimmt! Aber, dann kann ja auch wieder! Oh, da war nichts drin! Nichts wichtiges! Nichts, was ich gut benutzen könnte auf jeden Fall! Oh! Oh! Ich mach mal jetzt hier! Schnell mal weg! Puh! Wasser, ey! Immer Wasser! Überleicht Wasser! Und Kassel! Da ist einfach zu viel Wasser in dieser untere Wasserwasser! Ja! Hier springt! Sag los! Los! Das ist jetzt ein Rüber! Und nicht mehr an! Das ist höher! Und noch mal! Mal gucken, wo uns das Kupfer hin geht! Und noch mehr Kupferbücher! Ey! Wo ist das denn da drauf? So! Oh! Wow! Die Kupfer! Na ja! Wenn da so ein Haufen ist, dann lohnt sich das ja wenigstens! Ja! Bauen wir weiter Kupfer ab! Bis der Arzt kommt! Kupfer bis der Arzt kommt! Sie haben eine Kupferbücher! Sie haben eine Kupferbücher! Nein! Das kann nicht sein! Wie konnte das denn geschehen? Zum Glück haben Sie zu viel Kontakt zu Kupferbücher! Ach! Das könnte natürlich sein! Ich habe letztens ein Kupfer gebadet! Kannst damit vielleicht so dann hängen? Sag mal! Hm! Lassen Sie mich überleben! Ich denke schon! Diese Kupferbücher war es nicht! Ja! Den müssen Sie uns in eine Badewanne befinden! Ne! Ich denke Sie doch mal nach! Ja! Tut mir leid! Ja! Wir haben recht! Oh! 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 Das könnte auch anders! Jetzt gerade zugezogen haben! Was the fuck! Wie sie allmöglichen Scheiß! Kupfer, Silber, allmöglichen! Nur Gold fehlt noch! Das wäre mein Traum! Das wäre mein Traum! Mit Gold jetzt! Ein Traum aus Gold! Zack! Weiter geht's! Oh! Leute! Weil das ist ja Weihnachten! Hey! 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 Oh! Wie viel! Ah! Weihnachten! Ja! Ist schon wieder fast rum! Leute! Man glaubt es kaum! Die Zeit entgeht! Und rast! Oh! Das ist der Wahnsinn! 0,0,0,0 und fertig! Mit allen Kammern! Wir haben keine Zeit genutzt! Zurück! Mit Nacht! war fast fast gutes timing nur fast so wir haben diese Kupfer drüber oh wir haben ja noch hier, unser Herz weiß ich auch noch nicht zack, das hätten wir auch noch ein bisschen Gelbäuer ein bisschen Gelbäuer so ach hier ist ein Sollganze Erde so schön so ist sie, nein nicht schlimm ja gleich noch mehr zweite Ebene Eisen, Feuer so vom Gold haben wir ja leider nichts gefunden das fände ich ein bisschen traurig ein bisschen schade wäre besser gewesen, wenn ja aber, naja, kein Problem was habe ich denn jetzt Eisen genug weiß es nicht so zumindest noch Eisen Silberaxt Silberspitze lohnt sich das, die zu holen? eigentlich wollte ich ja die Goldene nachher holen ich glaube ich mach mir ein Silberness Schwert nachher eine Goldene Hacke überlegen, überlegen zu spät das ist voll überlegen so, dann brauche ich ein 3, 2, 2, 1, 2, 1, 4 wenn ich mit 2 davon hole, dann habe ich ja schon mehr komm bam die Hose lasse ich erst mal zack mit einem anderen Helm yes die Hose hätte wahrscheinlich mehr geworfen wie viel Verteidigung habe ich? hat sich ja nichts getan naja dafür sehen wir jetzt aus wie ah, wie sehen wir uns aus? ein Drachentöter wir sind ein Drachentöter wir sind ein Drachentöter Drachentöter ja, ja mit dem Kupfer kann man nichts anfangen hey, geil, hey, geil hey was kann man mit dem Kupfer noch machen? let's see Tiefenmesser oh, das wäre ja nicht schlecht oh, ne Uhr oh, ne oh, ne oh, oh Moment mal ich hab noch ne ne, es ist da gut ich dachte ich hätte ne Kette hm gut gar nicht also mit dem Kupfer könnte mit dem Kupfer könnte mit dem Kupfer könnte mit dem Kupfer sehr mit dem Kis ich in meinem Raum dort vor dann erstmal wo ich mit dem Tisch vor den Tisch BAM da schmeiße ich mir meine wüste habt ihr nichts gegen ein schwert ein schwert kann man das machen das wird dann verkauft hier hat schon ich könnte eigentlich auch die rüste verkaufen so jetzt wollten wir ein bisschen randale machen da ist ein augen ist auch und zu uns falls möglich was ich höre zu weit werden aber daher weiter nie mehr weiter nie ja nachunter weiter geht Dann wenigstens ein schnelles Silberschwert, daraus kann man ja nachher das Grafschwert craften, deshalb habe ich das jetzt schon mal gemacht. So, hier auf die Ebene. What the fuck. Irgendwo in der Mitte, aber die wollte ich eigentlich noch ein bisschen bauen. Hier wollen wir. Ja, ist gut. Hier wollen wir das hin. Ist jetzt sowieso zu spät. Jetzt sag mal noch 20. Ja. So, jetzt gibt es da natürlich einen kleinen Trick, wenn ich ein bisschen Holz sparen kann. Das war nämlich jeden zweiten Weg Krügel. Denn auch, wenn ich so ein bisschen erinnere mich. Wie bekanntlich. Oh yeah, yeah. Oh ja, oh ja. Ja, das macht doch schon viel mehr Spaß mit uns von den Trüben schwer, oder? Ja, weil da kann man immer noch drauflaufen. Was eigentlich ganz gut ist. Jubelt mir zu. Ja, meine Fans, jubelt mir zu, wie ich hier alles prüge. Wie euch die Spänen in die Augen fallen. Ist das geil. Ja, ja. Na, beschwören wir dann gleich den Auge. Dem Auge? Wollen wir dem Auge beschwören? Was sagt ihr dazu? Dem Auge? Wollen wir uns dem Auge beschwören? Wollen wir uns wagen? Dem Auge uns zu beschwören? Denk ja. So. Das reicht jetzt aber auch. Also. Let's beschwör dem Auge. Das. 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 Und. Und. Oh yeah, oh yeah. Verdammt. 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 Ich bräuchte hier Licht, ey. Ganz ehrlich. Hallo, Auge. Das ist gut für dich. Okay. 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 Nein. Nein. Die bleiben hier nicht hinten aufgenommen. Ich bin ja schon fast tot. Was geht? Oh verdammt. Ich habe noch nicht mal angefangen und bin schon fast tot. Okay. Okay. Ha. Ha. So. So. Jetzt. Au. Komm her. Ich sehe dich nicht, aber ich kehre dich. Au. Sorry. Ha. 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 Du, deine Brut. Au. Oh verdammt. Ist was. Ich habe keine Dinge zu mir. Äh. Ist ein bisschen doof, dass ich hier nichts sehe. aahhhh stirb doch einfach Nein, nein, nein. Ein Versuch war es wert. Mensch. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich sterbe. Was soll's? Scheiße. Ich muss sagen, normalerweise sagt man ja, die Sonne hat mich geblendet. Aber das ist hier nicht der Fall. ist, äh, sag ich ganz einfach mal, ich hab die Sonne leider nicht geblendet, weil es gut geht. Ach, Mist, ey. Einmal Auge, das ist gut, schuldig. Dann. Das liegt ja schon mal nicht gut. Ah, ja. Okay, ich bin einfach noch nicht bereit dafür. Muss man ja auch mal sagen, ne? Das liegt, weil meine Klamotten nicht zu einem passen. Das stimmt. Das ist so dunkel, ey. Was soll ich sagen? Was soll ich schon machen, wenn es so dunkel ist? Ah, dass die blöden Glowsticks da oben auch nicht halten, dann muss ich ja. Was mache ich denen dann? Die, die haben denen so. Äh, ich wollte das mal. So. Auf der Höhe stört mich das ja wohl nicht. Auf der Höhe stört mich Milwaukee und